Mein Name ist Uwe Hake, ich bin ehreamtlicher Versicherterberater der Deutschen Rentenversicherung in Rheinland-Pfalz und in dieser Funktion bin ich gewählt worden als IG Metaller. Die IG Metall ist also auch nicht nur in den Betrieben aktiv unterwegs, sondern in meiner Funktion als Versichertenberater für die Menschen, die als Bindeglied von der Gewerkschaft, von der Mensch, von dem Versicherten zur Rentenversicherung, eben diese Funktion, so sehe ich mich als Bindeglied. Diese Arbeit, die ich ehreamtlich verrichte, mache ich mittlerweile jetzt über 20 Jahre. Ich bin auch über die DGB, über die IG Metall, über die DGB als Sozialrechter, am sozialgerechten Speyer bin ich aktiv und in diesen Funktionen konnte man eben viele Erfahrungen im Laufe der Jahre machen und diese Erfahrungen bringe ich dann eben in meine Renteberatung, in diese ganzen Geschehnisse für die Versicherte, bringe ich das dann eben ein. In meiner Funktion bin ich auch ein ganz offizieller Antrag aufnehmender Stelle, nicht nur ich, auch die Kolleginnen und Kollegen, die wie ich in dieser Richtung unterwegs sind und wir geben Hilfestellung in alle Sachen, ob das Antragstellung, Beratung oder egal in welcher Art und Weise ist.